Die Vorbereitungen für die Wildschönau Wirtschaftstage am 12. und 13. Oktober 2013 laufen auf Hochtouren. Zum wiederholten Male trafen sich die Verantwortlichen des Tales mit der Projektgruppe der Handelsakademie Wörgl, um die Details zu besprechen. Walter Stadler erklärt nähere Details zum Projekt. Es ist jetzt so, dass wir am 12. und 13. Oktober, Samstag, Sonntag, die Wildschönauer Wirtschaftstage beim Vorbereiten sind. Und die Vorbereitungen laufen wirklich auf Hochtouren. Es haben sich jetzt über 30 Betriebe angemeldet, die einfach über das ganze Tal verteilt sind. Und deswegen auch der Untertitel, das ganze Tal ist Messegelände. Bergbahnchef Ludwig Schäffer erwartet sich ein durchaus positives Signal für die Wildschönauer Wirtschaft. Also von den Wirtschaftstagen her erwarten wir uns, dass einfach in der Wildschönauer Bevölkerung das Bewusstsein geschaffen wird, was die Wildschönauer Betriebe, Firmen hier leisten, was geboten ist. Und einfach, wenn man der Wildschönauer die Möglichkeit hat, das entsprechende Produkt einzukaufen, dass einfach ein großer Teil dann der Wertschöpfung oder mehr Wertschöpfung im Tal bleibt. Und mit diesen Einnahmen die Gemeinde und auch die Firmen natürlich Investitionen wieder tätigen können. Matteo Schmidt von der Projektgruppe der Börgler Handelsakademie zu den Vorbereitungen. Ja, jetzt sind wir mal soweit, dass wir im Entwurf sind von Broschüre, wo wir einfach die Unternehmen, die da dabei sind, wollen wir ein bisschen vorstellen, auch sagen, welche Attraktionen bieten sie an die zwei Tage. Und dann möchten wir in die Broschüre einen Zeitplan rein tun, dass sich einfach die Leute orientieren können, wann ist was wo. Überrascht war Bergbahner Ludwig Schäffer über die hohe Teilnehmerzahl. Es war für mich überraschend, dass jetzt 30 Betriebe mitmachen. Wir haben gerechnet, wenn 15 bis 20 dabei sind, dann wären wir schon zufrieden gewesen. Aber es ist natürlich umso schöner und das beweist, dass die Unternehmen Interesse daran haben, der Wildschönauer Bevölkerung mitzuteilen oder ihr Produktangebot vorzustellen. Und funktionieren soll das Unternehmen Wildschönau Wirtschaftstage dann so. Es ist so, dass eigentlich jeder Unternehmer bei sich zu Hause sich präsentiert, die Türen öffnet. Und wir organisieren das Ganze mit Shuttle-Bussen, mit der Bummelbahn. Du wirst einen Shuttle-Dienst machen von einem Unternehmen zum anderen und wirst einfach, sagen wir mal, kreiz und quer durchs Tal fahren. Und jeder kann gratis mitfahren, kann aber auch selber mit dem Auto fahren oder selber vorbeischauen. Es soll einfach viel Bewegung im ganzen Tal herrschen. Diese Idee, eine Informationsmesse über ein ganzes Tal zu strecken, sodass sich die Betriebe in ihrer gewohnten Umgebung in ihren Betrieben präsentieren können, wurde sogar von oberster Stelle des Landes Tirol und der Wirtschaftskammer als sehr positive Innovation gewürdigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017